Mein Name ist Andreas Jarnhofer. Ich bin österreichischer Paraschwimmer mit dem Fokus auf 50 Meter Brust und 150 Meter Lagen. Ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall. Da habe ich einen Köpfler ins Wasser gemacht und mir hat drei Hals umgebrochen. Deswegen sitze ich jetzt im Rollstuhl und jetzt habe ich meine Sportart aber wieder im Wasser gefunden mit dem Schwimmen und genieße es auch wieder im Wasser. Also mein jetziges Ziel, was ich schon erfüllt habe, war die Qualifikation für die Paralympics. Und jetzt ist natürlich die Teilnahme dort sowie der Europameistertitel, auf den bin ich auch ganz heiß. Alleine sind wir alle ein kleiner Teil. Zusammen können wir viel mehr bewegen, uns gegenseitig helfen. Und genau für das steht die Sporthilfe ja. Ohne dem wäre ich nicht da, wo ich heute bin und könnte auch nicht so professionell trainieren. Und ich bin da unendlich dankbar, erstens für die finanzielle Unterstützung und zweitens auch für die persönliche Nähe, die da einfach da liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werder Rassene Werder Rassene Werder Rassene Werder Rassene